Niklaus Foflu, Europas grosser Friedensstifter. Teil 1. Ein wunderbarer Bub. Niklaus Foflu kam am 21. März 1417 auf die Welt, und zwar mitten im Herz unserer Schweiz, im Flüeli in Obwalden. Der Schnee auf den Bergen hat im letzten Sonnenlicht rot geleuchtet und vom Melchtal her ist ein frisches Lüftchen durchs Tal gestrichen. Die Melka, der Fluss, der ganz in der Nähe durchgeflossen ist, hat dosiert und geräuschert. Das Schmelzwasser der Berge hat diesen Bach in einen riesenden Fluss verwandelt. Die Mutter, Hemma hat sie geheissen, hat der Knoss in sein Wiegel gelegt, der im Halbdunkel ganz nah beim Ehebett gestanden ist. Sie hat das gut eingehackte Bündel betrachtet, lang, still und dankbar. Sie hat nicht gewusst warum, aber irgendwie hat sie gespürt, dass der Kläusli ein spezieller Bub ist. Der Sommer ist gekommen, der Schnee auf den Bergen ist fort, die Melka ist nicht mehr so wild im Tal zugerauscht und man ist mit den Kühen zahlb. Der Sommer ist auch wieder vorbei, die Blätter haben sich verfärbt, sie sind braun, rot und gelb worden, und schon gleich darauf hat es geschneit. Die Arsi um, der Kläusli hat gelernt laufen, hat die ersten Worte angefangen zu plappern, und schon gleich hat der Vater nachgestünkelt und hat gelernt, wie man eine Biele oder eine Gabel in den Hang nimmt und wie man eine Kuhli milkt. Der Junge ist gewachsen, aufgeschossen wie eine junge Tanne und der Vater konnte ihn auch gut bei dem Bauern brauchen. Als der Kläusli 16 war, ist er einmal mit seinem Freund mit dem Emi Rohrer ausgerückt, um zu holzen. Holz hat es dann natürlich viel gebraucht, zum Heizen, zum Kochen, zum Bauen, zum Hagen, für Möbel und Werkzeuge zu machen. Und natürlich, wenn man zu wenig Platz hatte, um anzupflanzen oder zum Tier weiden, dann musste man ein wenig Wald roden. Und wenn wir daran denken, dass unser Land ursprünglich mehr oder weniger nur aus Urwald, See und Bergen bestanden hat, dann müssen wir sagen, sie haben es gut gemacht, unsere Vorfahren. Sie waren fleissig und haben aus dem Urwald ein schönes Ländchen gemacht. Der Klaus hat das Piehli auf die Schultern geschwungen, der Erni hat die Sage gedreht und so sind die zwei zusammen ausgerückt. Der Mutter hat gerade Wasser gereicht beim Brunnen vor dem Haus und hat dann zwei Porsche nachgeschaut und wieder ist das Gefühl da gewesen, der Klaus ist nicht wie andere. Ich glaube, Gott hat etwas Besonderes vor mit ihm. Es war ein Stotzungsbord, das die zwei wollten eine Tanne ummachen. Mit dem einen Bein sie sind bergseitig am Boden knäuelten und mit dem anderen Bein mussten sie nach unten verstellen. Aber es war ja nicht das erste Mal, dass sie so etwas gemacht haben und ihre Zusammenarbeit hat bestens funktioniert. Zuerst haben sie mit dem Bein etwas vom Stamm rausgeschlagen und dann haben sie zu sagen. Das Sageblatt war etwas länger als ein Meter und hatte auf beiden Seiten einen Griff gehabt. Der Erni war auf der anderen Seite vom Boden gesehen und hat ihn angepackt, den Klaus hier nach. So haben sie zu sagen, hin und her, rizzeratze, rizzeratze, und das Sageblatt hat sich langsam in den Stamm gefressen. Plötzlich zog der Klaus zusammen. Er hat den Sagegrifflag an und ist hinter sie ans Boot hergefallen. Halb höcklig gewesen, halb liegend, ist er dort in diesem Wald oben gelegen und hat mit aufgerissenen Augen ins Doppel vom Bergbach hingeschaut. Was ist Klaus? hat er Erni gefragt. Der Klaus hat nicht reagiert. Wie er starte, hat er ins Doppel angekäugert. Seine Augen sind gross geworden wie Wagenräder und Erni hat sich nicht erinnern können, dass er den Klaus schon einmal so gesehen hat. Nicht einmal dann, als der Klaus fast über eine Felswand runtergefallen ist. Dann ist er an einen Berghang ausgerutscht und als wäre er ein Schlitten über einen bewachsenen Steilhang ausgeschossen und kurz bevor er über eine Flut ausgespickt ist, hätte er sich noch gerade an einem Büschchen halten können. Ein Büschchen, nicht viel grösser als als er einen rechten Steinbock mit einem Rupf hätte ausschreissen können. Dann hat er Klaus schon mit grossen Augen geschaut, aber nicht so wie jetzt. Erni war ganz baff und der Klaus hat immer noch regungslos in das Doppel gestiert. Und dann plötzlich, wie wenn er einem Vogel nachschauen würde, der gegen den Himmel zusteigt, hat er den Kopf angefangen zu lüpfen und sein Blick ist gegen rauf gewandert. Nach ein paar Augen Blicken, der Erni hat nicht sagen können, ob lang oder kurz, haben sich die Augen des Klaus wieder verändert. Jetzt hat er ausgesehen wie einer, der aus einem Traum erwacht und im ersten Moment nicht weiss, wo er ist. Er hat blinzelt, er hat die Augen kurz zugedrückt, hat zwei, dreimal den Kopf geschüttelt, hat den Kopf leicht abgedreht auf die Geräusche des Waldes gehört. Erni hat gar nicht gewagt, etwas zu sagen. Er hat auch nicht gewusst, was. Auch nicht, als der Klaus plötzlich wieder nach der Sage greift und als wenn nichts gesehen sagt, komm noch ein bisschen hin, so springen wir das Dandel nicht zum Boden vor dem Weihnachten. Erni ist nicht mehr rausgekommen und hat für sich selber gedacht, dass sein Freund irgendwie anfangen zu spinnen. Erst als sie am Abend nach Hause zu sein, hat er der Klaus gefragt, was er da für eine Anwandlung hatte. Der Klaus hat daraufhin gesagt, ich habe einen Turm gesehen, aus dem Tobel rausgewachsen, wie hoch, bis der Spitz in seine Auge gerägt hat. Keiner hat etwas gesagt, der Klaus nicht, weil er nicht rausgekommen ist, was er gesehen hat oder Erni nicht, weil er einfach nicht mehr gecheckt hat, was mit seinem Freund los ist.